Julius, haben wir einen Jingle? Ja, tatsächlich, also ich hatte nicht so viel Zeit, um ihn dir noch zu programmieren, weil er... Was ist das denn gewesen, André? Ich hab auf den Tisch gehauen, vor Wut. Achso, achso. Nee, das liegt daran, dass der kleine Herr Dings den geschrieben hat vorhin. Pass auf, ich zeig dir, was er geschrieben hat. Mega geil, oder? Ja, hast du schon Ärger mit deinem Bruder? Wieso? Weil es auch ganz gut klingt. Vielleicht hat es schon mehr Klicks. Und jetzt noch die Gitarre. Huh. Liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu Folge 113 von Team Totale Zerredung mit J-Fee. Und A-Hey. A-Hey. Geil, das klingt, als ob ich dir Broses mitgemacht hätte. Auf jeden Fall, der A-Hey. A-Hey und J-Fee. Der A-Hey war der Rapper bei Broses. Na, genau. So, Weihnachten ist geschafft. Wir befinden uns alle auf der mentalen Autobahn Richtung Polen, um uns noch mit illegalem Feuerwerk zu versorgen, weil es einfach nicht angeht. Ich lasse mir das nicht nehmen. Es ist meine Freiheit, die ich durch ein Knallen zum Ausdruck bringe. Also, tu etwas, Frau Merkel. Sorry, aber ich bin da eher so auf der, sag ich mal, sneaky Seite unterwegs. Ich wäre überhaupt nicht so doof, irgendwelche Böller in die Luft zu ballern und damit auch meinen Standort allen kenntlich zu machen. Ich bin einfach die letzten Tage schön Ski gefahren. Ich war zuerst in Österreich und dann haben die das zugemacht. Ja, in dem Sauerland gewesen. Genau, und dann noch nach Oberwiesenthal gefahren, schön Fichtelberg. Ich dachte, ich hole mir mal die ganze Packung. Also, ich habe letzte Nacht tatsächlich davon geträumt, weil du sagtest, ich bin ja nicht so doof und verrate meinen Standort damit. Ich habe ungelogen geträumt, dass ich eben, weil ich ja nicht so doof bin, wie du sagtest, und einfach so knalle und dann wissen die sofort, aha, da ist er. Habe ich mit einer ganz langen Zündschnur im Traum Feuerwerk auf einem öffentlichen Platz platziert, dann angezündet, bin weggerannt und habe dann Feuerwerk gemacht. Das ist pfiffig. Das habe ich geträumt. Es tut mir leid, es war natürlich alles Ironie. Ja, ich war auch... Leute, ich finde das gut. Julius war in Österreich, das finden wir nicht so gut. André, hör auf, das war natürlich auch Ironie. Ich habe die letzten Tage keinen gesehen. Also, ich habe mich so krass regelkonform verhalten, dass nach mir das Regelwerk jetzt benannt wird. Es wird vom Grundgesetz, dem Julius-Gesetz umbenannt. Alter Schwede, habe ich mich krass regelkonform. Ich habe zuerst vor Weihnachten keine Person gesehen, außer den kleinen Herrn Dings und die Frau, um den kleinen Herrn Dings und die Frau dann einzupacken und über Weihnachten ein, zwei Tage in ihre Heimat zu fahren, um das Kind loszuwerden. Österreich, sage ich doch. Genau, Österreich. Sie ist Österreicherin. Kann man ja nichts dafür, wenn Österreicher ist. Nein, nein. Geschessen. Wir leben auf dem Fichtelberg. Genau, aus dem Fichtelberg in Österreich. Und dann sind die Frau und ich die ganze Zeit schön Viehacker gefahren und die Eltern haben das Kind versorgt. Nee, das war tatsächlich notwendig. Wir mussten mal schlafen und das haben wir auch getan, tatsächlich. Das war geil. Und dann sind wir aber natürlich nach wenigen Tagen wieder zurückgekommen und seitdem, nicht seitdem, aber jetzt hat der kleine Herr Dings natürlich wieder Zahnschmerzen und schläft nachts nicht drei Stunden. Es ist doch eine Scheiße. Heute Nacht ging es, letzte Nacht war, also gestern, ich weiß nicht, wie ich gestern überhaupt überlebt habe. Ich kann mir nicht vorstellen, ich war gestern einkaufen, schon mal für Sille und ich weiß nicht, wie ich niemanden umgefahren habe, weil ich so müde war. Es war, ich war eine Gefahr für mich und die Menschheit und es ist aber nichts passiert. Ich habe alles gekriegt. Ich habe aber tatsächlich, ich habe auch vor ein paar Tagen was geträumt, apropos Autofahren. Ich habe geträumt, dass ich durch die Leipziger Innenstadt fahre und aus irgendeinem Grunde… Jö, ist das Autoverbot. In der Leipziger Innenstadt ist das kein Autoverbot ein Vogel. Natürlich. Um die Innenstadt drumherum natürlich. Außerdem kann man auch eine Sondergenehmigung bekommen, das weiß ich noch von der Hochzeit. Da kann man sich die holen, dann kann man durch die Innenstadt fahren mit 120. Ja, aber da muss man heiraten vorher. Ja, gut, aber dafür machen wir 120 am Karstadt vorbei, also Friede seiner Asche oder ihrer. Ist Karstadt, wer ist Männlich, ist Karstadt, was ist Karstadt? Das ist einfach ein Objekt, das hat kein Geschlecht. Jedenfalls habe ich geträumt neulich, dass ich mich auf dem Kreis rund um Leipzig, wie heißt das, auf dem Ring rund um Leipzig befinde. Das ist die Autobahn. André, kannst du mich bitte… Der Kreis rund um Leipzig ist die Autobahn. Ich weiß nicht, wie das bei deiner Familie ist, aber in meiner Familie wird sich ausreden gelassen. So, und ich bin gefahren und dann waren plötzlich Bremse und Gas vertauscht und ich habe die ganze Zeit versucht zu bremsen und bin immer schneller geworden. Also in meiner Familie reden wir immer dazwischen. Und bin, das habe ich gemerkt, in meiner Familie hören wir dann einfach auf zu reden. Oh Gott, so passiv-aggressiv. Das ist überhaupt nicht passiv-aggressiv, du Arschloch. Das ist aggressiv-aggressiv. Aktiv-aggressiv. A-A, ich bin A-A. So, jedenfalls war aber neben mir ein Typ und der ist auch schnell gefahren und der hat dann angehalten, als ich auch angehalten habe, hat er gesagt, hier, du bist doch bei Rot über die Arme gefahren. Und ich so, ja, ich auch, ja, du auch. Und dann hat er gesagt, ich gehe zur Polizei. Und dann waren wir aber direkt nach der Polizeistation und dann kamen zwei Polizisten raus und hat gesagt, hier, der ist Verkehrssünder. Und dann bin ich weggerannt vor der Polizei. Das war der Traum. Was hast du damit wohl zu verarbeiten gesucht? Ich habe keine Ahnung, dass ich immer auf der Überholspur unterwegs bin wahrscheinlich und dass es eine moralische Instanz gibt, die mir sagt, Junge. Nee, so einfach ist es, so einfach ist es nicht. Das ist ja, also ich habe letztens die Traumdeutung von Sigmund Freud gehört und es ist schon auch viel Quatsch dabei. Also ich sehe es ja nicht so, dass man… Jaja, es ist viel Quatsch dabei, den du nicht so siehst. Nee, also der hat ja richtig festgelegt, dass wenn man vom, dass Männer nur von Königen und Königinnen träumen und so ein Zeug und das, also an sowas glaube ich nicht. Ich habe zum Beispiel noch nie von Königin und König geträumt. Ja, das ist ja… Noch nie, was immer ein Rückbezug auf die Eltern sein soll. Ja, aber das ist natürlich, ja, das ist ja klar, aber das ist natürlich ein, das ist natürlich nur ein Symbol. König und Königin stehen als Allegorie. In dem Falle, also wenn du vom Feuerwerk träumst, dann träumst du ja auch von dem sich öffnenden Schoß, also der Königin, also die explodierenden Böller. Ja, eben genau, sowas meine ich, das ist doch Unsinn. Ich glaube, ich habe wirklich einfach nur, mein Kopf hat gedacht, Feuerwerk und hat dann vom Feuerwerk geträumt. Ja, aber König und Königin, dann hast du auch noch die lange Zündschnur, weißt du? Ja, genau, ein riesiger, langer Penis. Ein riesiger, langer Penis, den du anzündest. Den ich in der Öffentlichkeit präsentieren möchte. Gut, aber dass du das willst, das wissen wir ja schon länger. Und der dann eine riesige Ejakulation auf dem Konnewitzer Kreuz auslöst. Das ist natürlich mein Traum. André, ich lasse mir von einem Raststätten-Wildpinkler nichts erzählen. Ja, eben, siehste, natürlich, ja. Also, ich finde ja zum Beispiel die Psychopathologie des Alltagslebens von Freud ganz lustig, da wo auch das mit dem Freud'schen Versprecher drin ist. Ja, das ist wirklich sehr lustig. Aber die Traumdeutung ist ja, ist ja, ist ja, doch, doch, da gibt's lustige Passagen drin. Aber, aber die Traumdeutung, das ist nicht so, also, prinzipiell ja, aber so in, in der, in der Tiefe ist das schon Quatsch. Der kleine Herr Dings weiß jetzt tatsächlich, apropos Freud, der kleine Herr Dings weiß jetzt übrigens auch, wo mein Schniedel ist. Oh Gott, das ist die, ja, das ist die Phase. Das ist, ja, und das ist eine sehr unangenehme Phase. Jetzt musst du, jetzt, jetzt beginnt die frühkindliche Sexualisierung. Ja. Und, äh, da muss man sich drum kümmern. Ja, na, ich werde mir ein Suspensorium anziehen, damit, äh, da erstmal nichts ist. Weißt du? Also, damit der, damit der komplett ohne Geschlechter aufwächst. Damit er dann sich entscheiden kann. Nee, 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 das ist ja der falsche Weg. Ach, das ist der falsche Weg. Okay, was ist der richtige Weg? Ja, das ist der falsche Weg. Man muss, man muss ja damit offen umgehen. Ach, ich muss ihm sozusagen, wenn er, wenn er, wenn er meinen Penis greifen will, dann geb ich ihm den in die Hand und sag, viel Spaß damit. Welchen Komplex hat er, Oedipus oder Elektra? Kann ich auch nicht sagen, weiß ich noch nicht. Also, will er dich töten oder, oder die Frau? Äh, tatsächlich in erster Linie sich. Er ist noch in der, er ist noch in der, er ist noch in der Phase. Ach so. Das ist offensichtlich bei Kleinkindern, das wurde mir auch erzählt, das geht dann, wird dann so mit zwei Jahren besser. Das stürzt sich überall runter. Ja, wirklich. Stürzt sich überall runter, isst, vorne hat er irgendwas. Das ist die Lemming-Phase. Genau, und vorne hat er noch irgendwas gegessen, was in der Küche rumlag und das hat irgendwie relativ scharf geschmeckt. Und wahrscheinlich, also wir vermuten, es war einfach nur eine vergammelte Tomate, aber ey, vielleicht war es auch eine Habanero und dann hat er heute Nacht Spaß. Und wir auch. Der ist... Also ich bin sehr gelobt worden für meine Habanero und Chipotli-Soße. Sogar von, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr, aber mir hat jemand geschrieben, von wegen, wir würden die gerne probieren und dann habe ich denen eine Flasche geschickt und die hat denen auch sehr gut geschmeckt. Da war ich stolz drauf. Die haben die sich abends schön reingeballert. Die haben die sich wahrscheinlich irgendwie aufs Fleisch geknallt. Ja, hoffentlich haben die die nicht einfach so getrunken. André, du musst... Na doch, die ist nicht so mega scharf. Das ist schon alles in Ordnung. Ich habe da nicht so krass übertrieben wie mit den anderen. Ich habe aber zur Sicherheit, falls es nicht scharf genug ist, habe ich ihnen noch eine Carolina Reaper reingelegt. Und dann können sie da noch was ranschneiden, wenn es nicht scharf genug ist. Und warum habe ich nicht so eine scheiß Sabanero-Soße bekommen? Kannst du haben. Es ist noch was da. Ah, cool. Okay, weil noch was da ist, kann ich jetzt auch noch was haben. Wieso? Anstatt, dass ich direkt die erste Flasche kriege, ungefragt. Nee, ich bin da wirklich... Nee, da bin ich jetzt wirklich enttäuscht. Weißt du, wir reden... Ich seit Monaten... Wer hat dir denn was zum Geburtstag geschenkt, Mann? Stimmt, ich habe dieses Jahr schon wieder vergessen, ne? Ich habe das... Ich habe extra... Nee, das... Wurscht. Ich habe nur gerade hier drauf geguckt, auf mein... Wie heißt das? Plakat. Cover. Meine Güte. Ich habe es doch sogar schon aufgehängt. Ich habe übrigens... Ich auch. Ich habe ja immer nur bei dir keine Ideen, aber jetzt schreibe ich bei dir immer mit. Und jetzt habe ich die mega Idee... Was habe ich denn... Was denn? Sag mal, ich weiß ja selber nicht. Nee, ich sage dir nicht, was du nächstes Jahr... von mir zum Geburtstag kriegst, aber... Aber ich würde es gern wissen, weil... Weil ich finde es ja interessant zu wissen, was Leute glauben, das mir gefällt. Nee, ich weiß, dass es dir nicht gefällt. Da bin ich manchmal... Ich weiß, dass es dir hundertprozentig nicht gefällt, aber dass du es trotzdem nutzen wirst. Und zwar für alle möglichen Zwecke. Genau, und Stift. Ich hasse Stifte. Stimmt. Das ist, was viele über André nicht wissen, aber wirklich, also es ist bei Stiften... Stifte ist ein ganz schwieriges Thema. Ganz, ganz schwieriges Thema. Die zerbricht ja immer. So muss man es wahrscheinlich machen. Also, ich finde es wirklich interessant, dass manche so denken, was man mag, weil man anscheinend das Falsche signalisiert hat. Nee, in dem Falle hast du sehr, sehr stark signalisiert, dass du das richtig scheiße findest. Und das ist für mich Anlass genug, einen Trinkschlauch. Nein, 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 das ist viel zu... Nee, Quatsch. Das ist viel zu teuer. Ich schenke dir doch nichts, was du scheiße findest, was du dann nicht nutzt und was teuer war. Nee. Also, ich habe nur tolle Sachen zu Weihnachten bekommen. Ich auch. Was hast du bekommen? Ähm... Hast du dich selbst mit einer Chipotle-Soße beschenkt, anstatt mir eine zu geben? Selbst beschenkt habe ich mich mit einem Ghostbusters-Auto, was einfach nur mega geil ist. So zusammenbauen oder... Nee, ist von Playmobil, da kann man leider nicht so viel zusammenbauen. Also, man muss ein bisschen bauen. Es ist der Hammer. Ich lasse keine Kritik dran zu. Nee, du, du. Andere 35-Jährige kaufen sich sowas auch. Bin gar nicht 35 Jahre alt. Ach, du bist 34, oder? Ja. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe eine Bowling-Tasche bekommen, die auch mega geil ist, glaube ich. Ist noch nicht da. Ähm, ähm, einen, einen, einen Roboter. Auch richtig geil. Ja, den hast du doch schon bei Instagram gezeigt. Nee, also ja, im nicht zusammengebauten Zustand. Ja, ich weiß. Ähm, ansonsten... Hast du tatsächlich dieses Herdputz-Zeug, was du, mit dem du gestern dein Herz sauber gemacht hast, bekommen, oder hast du es selber gekauft? Ich habe das, ich habe da gar nichts gekauft dafür. Ich habe das einfach mit Glasreiniger sauber gemacht, weil ich nur vorne die Gläser sauber gemacht habe. Drinnen habe ich nämlich die absolute Reinheit. In dem man, ein kleiner Lifehack an dieser Stelle. Wenn ihr wollt, dass euer Ofen eine Weile lang hält... Kleidet ihn mit Aluminiumfolie aus. ...stellt einfach unten immer ein Backblech rein. Das heißt, alles, was reintropft, tropft erstmal nicht in den Herd, sondern nur in ein Backblech. Und, äh, wenn oben, da müsst ihr einfach ein bisschen drauf achten, dass es nicht so rumspritzt. Da stellt er einfach was drauf. Geiler Lifehack. ... auf den Deckel oder so. Ist wirklich so. Ich habe auch übrigens ein Lifehack... Wenn ihr erstmal unten eingebrannten Scheiß habt, kriegt ihr den nie wieder raus. Ich habe auch ein Lifehack im Bereich Brühe. Und zwar habe ich, ich habe einen Fehler gemacht. All die Jahre, als ich dachte, ich mache geile Brühe, ich habe die immer zu doll gekocht. Und dadurch wurde die, ähm, dadurch wurde die immer trüb, weil, weil die, wahrscheinlich, weil die das Gemüse und so zu viele, zu viele Schwebstoffe und sowas abgesondert hat, oder wie die Scheiße heißt, oder einfach Haut. Ähm, und heute Morgen habe ich eine gemacht, ohne sie, also ich habe sie nur simmern lassen. Und die hat ein absolut einwandfreies Aroma und ist dazu auch noch klar. Ich finde es mega geil. Wieso machst du um neun Uhr morgens Brühe? Damit ich sie später am Tag verwenden kann, beziehungsweise in den nächsten Tagen, weil ich muss meine Zeit sehr gut einteilen. Und wenn der kleine Herr Dings gerade seine Gurke reinpfeift, äh, die er gerade sehr gerne isst, weil das ist kalt. Kalt und gut für die Zähne. Ähm, dann, dann habe ich halt Zeit, mal ein, zwei Gemüse zu schneiden und die anzubraten und dann Wasser drauf zu kippen. Es ist, es ist nicht nur so, dass während des Lockdowns, äh, wie uns Spiegel Online rät, wir unseren Zeitplan verändern sollten, um glücklich zu bleiben, sondern auch mit Kind musst du einfach, du musst halt die Feste feiern, wie sie fallen. Dann machst du halt mal nachts um eins dann, äh, die Waschmaschine und, 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 und saugst mal durch und so. Ja, sowieso. Also da bin ich ja, bin ich ja sowieso auf der Seite, dass man, äh, wenn man Bock drauf hat, dann soll man das einfach machen, zu welcher Uhrzeit auch immer. Ich bin total gegen jede Zeitkonvention. Und dir ist es auch scheißegal? Aber, aber dazu kommt natürlich... Mir ist nicht scheißegal, wenn die Waschmaschine rumrumpelt, dass dann irgendwie alle wach werden. Das mache ich natürlich nicht. Okay, also du hast, du hast, äh, Zeitkonvention minus oder plus natürlich die Hermannschen Anstandsregeln. Genau. Also ich finde, Born ab um acht ist okay, weil es einfach legal ist, aber muss jetzt auch nicht sein. Und vorher auch gar nicht. Ich bin zum Beispiel diesbezüglich relativ lax mit der Einhaltung der Zeiten beim Glaskontainer. Also ich mache auch jetzt nicht nachts oder sowas, aber es kann schon mal passieren, dass ich zwischen zwölf und 15 Uhr Sachen einwerfe. Auch sonntags. Ja, also an, an dieses, an diese protestantische Ethik hier von wegen zwölf bis 15 Uhr halte ich mich schon mal gar nicht. Weil, äh, das hat mir meine Oma immer einzutrichtern versucht, dass man zwischen zwölf und 15 Uhr nichts, dich nicht bewegen darf. Und wenn ich immer raus wollte und da auf dem Hof rumrennen wollte, dann musste ich mal ganz, ganz, ganz leise machen. Und da weiß ich noch, da bin ich irgendwann mal, bin ich irgendwann mal mit dem Roller gegen, äh, den Pfeiler auf dem Wäscheständer gefahren. Und es tat so doll weh. Und dann habe ich geweint und dann hat meine Oma mich ausgeschimpft, dass ich nicht so laut weinen soll, weil zwischen zwölf und 15 Uhr ist. Okay, und deswegen bist du, aufgrund dieses frühkindlichen Traumas, bist du gegen die protestantische Ethik, aber gleichzeitig feierst du natürlich sowas wie Bus und Betag übelst ab und gehst nicht arbeiten, du Schwein. Was? Ne, ich sag's nur. Also, ähm, was habe ich noch bekommen? Was hast du noch bekommen, André? Schön, wie du darüber hinweg gehst, einfach. Ein Buch namens Ida, äh, über die, äh, diese bekannte Patientin von Sigmund Freud. Irgendwie klingt's grad so, als ob ich mich gerade wahnsinnig mit Sigmund Freud beschäftige, was einfach nicht stimmt, nur Zufall. Ähm, aber auch wenn, es gibt keine Zufälle. Welches von David Sedaris? Äh, The Best of Me. Ist das einfach eine, ist das eine Anthologie? Ah, cool. Hast du vorher schon David Sedaris gelesen oder ist das deine erste Berührung mit ihm? Ne. Also hoffentlich ist nicht so viel Doppeltes drin, aber ich glaube nicht. Stimmt, bei einem Best of werden kaum doppelte Sachen sein. Ich halte den für einen, ich hab ja nur nicht alles gelesen, aber, äh. Ich find das relativ geil, aber ehrlich gesagt, von der Haltung her, wenn man sagt, ich mach ein Best of, aber es sind nur neue Sachen drin. Find ich eigentlich ganz, find ich ganz gut. Gefällt mir. Er muss ja irgendwann auch mal mit dem alten Shit abschließen. Ja. So, dann noch das Buch von der Daily Show, äh, An Oral History Told by Jon Stewart. Das ist richtig geil. Ähm, das ist sehr, sehr lang, aber, und irgendwie auch kompliziert, weil da immer alle ständig durcheinander reden, aber, äh, sehr interessant. Cool. Und, 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 mannigfaltige andere Dinge. Oh, ich hab bei so einem, ich hab bei, bei, äh, unser, unser gemeinsamer Kumpel, äh, Dorian hat, macht jetzt so eine, macht jetzt so eine, sag ich mal, Buchempfehlungsseite, ähm, im Internet, bei, äh, Books Up heißt die, und da hab ich jetzt mehrfach, äh, kleine, kleine Storys gemacht für, und in einer der Storys hab ich auch gesagt, dass ich mir das, dass ich mir den ersten Roman von, ähm, Knausgat wünsche, weil den hab ich noch nicht. Ich hab bisher nur die, nur die Autobiografie gelesen, aber nicht sein erstes Buch, für das er einen norwegischen Buchpreis und sowas gekriegt hat. Und, das wollte mir tatsächlich jemand schenken. Vielen Dank an der Stelle dafür, super nett. Hast aber nicht angenommen. Ne, ich hab gesagt, ich krieg's, ich hab gesagt, ich krieg's, und dann hab ich's nicht gekriegt. Jawohl, das ist richtig so. Genau so muss passieren, wenn's dir schon jemand schenken will, dann nimm's doch einfach an. Aber ich hatte wirklich gedacht, dass ich's kriege. Ich hab stattdessen viele andere Sachen gekriegt. Hab ich dir mal von meinem Awareness-Adventskalender, oder was heißt Awareness, also von meinem, von meinem Selbstheilungs- Selbsthilfe-Adventskalender erzählt? Ne. Ich hab einen Adventskalender bekommen, wo nur Sachen drin, weil ich so wenig für mich selber tue. Also ist es denn so von wegen, mal hier so eine Maske? Exakt sowas. Oder sowas? Ja, okay, das seh ich ein. Ich dachte, da ist jetzt von wegen, Tag 1, hier hast du ein, ein Regentropfen-Geräusch und damit setzt du dich jetzt eine Viertelstunde hin und meditierst. Tag 2 ist so eine, Tag 2 ist so eine Karte, auf der steht, du kannst alles, was du willst, wenn der Regenbogen blüht oder so eine Scheiße. Ne, ne, das ist natürlich nicht. Der Kosmetik-Kalender find ich mega geil. Es ist nicht nur Kosmetik, es ist auch, naja, was waren alles, zum Beispiel Tag, also ich hab jetzt zum Beispiel verschiedene Bartpflegeprodukte und ich hab, Bart. Bart, ja was denn, genau, ich hab verschiedene, ja, wir haben uns gerade vorgestellt, dass du so einen Glasreiniger bekommen hast. Bartpflege. Ja, das ist gut für dich, wenn du das Bart sauber machst. Also ich finde das ja wirklich den Gedanken ganz anrührig, weil man kann dabei gut nachdenken. Deswegen mach ich so ganz sauber. Ja, ist aber in meinem Fall nicht so, es ging um Bartpflegeprodukte, so eine, ich hab jetzt so einen Bart, also zwei unterschiedliche Bartkämme aus Wachold, einer aus Wacholderholz und ein anderer mit so ganz borstigen Bürsten, die tun übelst weh, wenn man reinfährt, aber dann damit ... Macht das wirklich einen Unterschied, ob es Wacholder ist oder so? Keine Ahnung, es riecht ... Oder ist es nur so ein Ding, was sich irgendjemand ausgedacht hat? Nee, das riecht ganz lecker, dieses Wacholderholz. Es hat so einen ganz starken Eingeruch, ich kann das gut leiden. Wacholster? Wacholster, ja, ähm, und, und da, aber das Gute an diesem, an diesem, vor allem an dem Borstigenkamm ist, das, oder das ist ja eher eine Bürste dann, da kann man schön die, die ganzen Schuppen, die auch im Bart mit drin sind, die kämpfst du da auch mit raus und dann sind die Barthaare schön gleichmäßig. Das war, und am 24. zum Beispiel war ein bisschen ein größeres Geschenk, weil Weihnachten war, ähm, und da war eine, ein Buch drin, äh, nämlich, äh, ein Buch, äh, über, von so einem Traveler, Traveler-Pärchen, die, über die perfekte Faux geschrieben haben, ähm, und, oder, oder, oder unterschiedliche Faux, oder, ich glaube, es heißt nicht Faux, ich glaube Faux heißt, äh, auf vietanwesisch Stadt, es heißt irgendwie so Faux, 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 und das, am Anfang hast du erstmal so 20 Seiten, äh, so, ja, und dann vom Norden nach Süden gewandert und französische Einflüsse. Wie heißt das? What the Faux? Es wäre so schön gewesen, aber nein. Aber sie haben auch, sie haben natürlich auch so, what the Faux ist, ist super. Das ist super lustig. Faux-Titel. What the Faux? Ähm, aber, tatsächlich, sie haben auch so Wortspiele drin, sowas wie Faux-Tastisch und so, also, die gängigen, äh, ich finde das, die gängigen, die man so kennt. natürlich, die, die, der, jeder, der schon mal Faux gekocht hat oder es versucht hat zumindest, macht das natürlich. Das ist fantastisch. Ist du aber übelst auf Vögel. Jedenfalls habe ich dann erstmal ein Foto gemacht für Instagram und, Nein, natürlich nicht, weil ich habe es noch nicht geschafft, das zu kochen, aber daraus habe ich den Tipp mit dem, mit dem, kurzen Kochen. Und das ist ja schon mal gut. Und dann mache ich bald geile Faux. Oh, das wird so lecker. Spart man auch Zeit, wenn man kürzer kocht. André, es geht nicht darum, die Kochzeit insgesamt zu verringern, sondern darum, die Siede oder die, die starke Kochzeit zu verringern und dann wird ja noch gesimmert, du Pfeife. Du, du Pföfe. Ähm, und was habe ich noch gekriegt? Ähm, äh, eine Pfanne, eine geile und noch eine Pfanne und eine elektrische Parkuhr. Richtig geil. Was? Ja, die, die Paxe vorne rein ins Auto und, äh, und dann stellt die sich immer zurück. Und dann stellt die sich immer, na, die läuft mit und immer wenn du hältst, dann zeigt sie eine Uhrzeit an, an der du hältst und ich glaube eine, eine Viertelstunde früher oder zehn Minuten oder sowas. Also die Uhr rundet immer ab oder auf, weiß ich nicht. Ich fände es ja gut, wenn die sich halt, wenn die immer sich so, weißt du, man hat eine Stunde Parkzeit und dann stellt sie sich jede Stunde eine Stunde zurück. Ja, das kannst du bestimmt einstellen. Den Schummelmodus. Das wäre gut. Ja. Ähm, das finde ich, äh, das finde ich auch super und ich glaube, ich habe noch Sachen gekriegt, die ich vergessen habe. Ja. Aber für mich, aber für mich ist ehrlich gesagt Weihnachten auch immer nicht so relevant, weil ich mir die Sachen ja auch alle selber kaufen kann. Ähm, für mich ist es, für mich ist dann das Beisammensein und wir haben schön gekocht zum Beispiel. Habt ihr wieder, habt ihr wieder, äh, ein 6000-Teile-Puzzle in einer halben Stunde gepuzzelt? Ne, das habe ich dann am 25. alleine gemacht. Mhm. Weil, wenn Leute zugucken, kann ich nicht. Äh, äh, klar. Möchtet ihr auch jetzt nicht nochmal hier eine Wette machen oder sowas? Ne, haben wir nicht, wir haben tatsächlich, dafür ist ja keine Zeit mit Kind und so. Also ich weiß nicht, was die, weiß nicht, was die Schwiegereltern gemacht haben, während wir gepennt haben, aber, äh, ich glaube, kein Puzzle. Aber der kleine. Ja, oder fertig gewesen und schon wieder weggeworfen oder wieder kaputt gemacht in den eigenen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Weil das geht ja ruckzuck. Ja. Rucki zucki geht das. Ich habe gelesen, dass die Deutsche Post dieses Jahr so viele Pakete ausgeliefert hat, wie noch nie. Irgendwie 1,4 Milliarden Pakete. Ist ja schön und gut, aber wo sind meine? So, jetzt habe ich den, Ach nein. habe ich den One-Liner untergebracht? Das habe ich auch gelesen, da habe ich auch sehr bemerkt. Was habt ihr denn erwartet? Ja. Was habt ihr denn erwartet, wenn alle Leute erstens nur zu Hause sitzen, dann die Läden zu sind und, äh, ich hoffe ja nur, dass, äh, dementsprechend auch mehr Leute eingestellt wurden oder, äh, die Leute, die eingestellt sind, an dem, äh, an dem, wie sagt man, an dem Gewinn beteiligt werden? Also ich kann sagen, dass in der Filiale, wo ich immer den Scheiß abhole, dass da auf jeden Fall eine neue Mitarbeiterin beschäftigt war, als ich jetzt nach Weihnachten ein Einschreiben abgeholt habe. Äh, die kannte ich noch nicht. Die war, die war mir fremd. Also insofern, das würde die, das würde die These unterstreichen, dass sie neue Leute eingestellt haben. Kann aber auch sein, dass die alte einfach gekündigt wurde und die jetzt eine neue haben, die schneller ist und für weniger Geld arbeitet? Mich würde, mich würde auch mal interessieren, wie das, ähm, mit, mit Corona-Fällen so bei, bei Supermarkt-MitarbeiterInnen und, äh, PaketausfahrerInnen ist. Also ob es da, ob es da signifikant höhere, höhere Fälle gibt. Ne, ich will ja nur wissen, ob die, ob das Risiko auch entsprechend höher ist. Also die stellen es ja meistens unten ab oder so, aber trotzdem würde es mich mal interessieren. Weißt du? Ja, aber sind die, ist das nicht, sind die nicht zu kurz? Also da könnte ich mir, könnte ich mir beim Supermarkt das noch mehr vorstellen, weil die, also vor allem bei den Leuten, die, äh, im Bereich Kühlkette arbeiten, erstens, ähm, und zweitens die, die in Kundenkontakt kommen. Also ich glaube, am beschissensten ist es, wenn du an der Theke arbeitest, an der Fleischtheke oder so, weil dann, obwohl, ne, da bist du ja noch, zumindest irgendwie, durch die Theke getrennt von den Leuten, die dumme Fragen stellen, aber es gibt ja doch viele Leute, die im Supermarkt dann auch mal fragen, Entschuldigung, wo ist denn bitte das Bier? Ähm, und das müssen die ja beantworten. Da können die ja nicht weggehen. Da können die ja nicht sagen, bitte gehen Sie weg, es ist Corona. Obwohl sie es... Ja, oder die, die, die zu mir kommen müssen und mir sagen müssen, dass ich die Maske aufsetzen muss. Zum Beispiel, und da bist du wahrscheinlich nicht der Einzige. Nee, also auf jeden Fall nicht. Also es ist ja nach wie vor so, heute erst wieder gesehen, dass unter der Nase ist auf jeden Fall der sächsische Lifestyle. Ja. Ich glaube, ähm, haben wir da nicht beim letzten Mal drüber geredet, über die, über die eine, habe ich da nicht vorhin erzählt, dass ich den Bericht gelesen habe, über die, eine Krankenpflegerin aus Weißwasser oder sowas, die sich angesteckt hat, weil einer der Patienten so alt und so schwach war, um zu reden. Und dann? Und dann, und dann haben sie geküsst. Nee, ja genau, sie hat ihn geküsst, denn wenn man ihn küsst, dann ist man danach stärker. Nein, sie musste deswegen ganz nah ran an sein Ohr, äh, an seinen Mund, mit ihrem Ohr. Und dadurch war sie natürlich, und er war angesteckt mit Corona, äh, auch noch im Krankenhaus und dadurch hat sie sich dann auch angesteckt. Arbeitet immer noch nicht, hat immer noch Aussetzer, hat Konzentrationsprobleme und, äh, äh, ganz schnell Kurzatmigkeit und so eine Scheiße. Ähm, was ich damit sagen will ist, ich könnte mir vorstellen, dass, dass es noch keine Forschungsergebnisse gibt aus dem, aus der Kohorte, äh, PostbotInnen und, äh, Einzelhandels, FachverkäuferInnen, weil, die sind, glaube ich, die müssen, glaube ich, erst mal noch die anderen Daten auswerten. Na, mal sehen, mal sehen. Ähm, ich weiß gar nicht, weiß gar nicht, weiß gar nicht, ob ich, ob ich drüber reden möchte. Fangen wir vielleicht, fangen wir vielleicht so an. Worüber? Ähm, naja, es gab ja jetzt, hast du, hast du diese, äh, Bilddoku gesehen? Nee, ich hab, wie gesagt, wenn ich, wenn ich was gucke, dann gucke ich was, um, um, um meinem Gemüt was Gutes zu tun. Dann gucke ich irgendwie so eine Einrichtungszendung, so Fixer Abbau oder sowas. Es gibt jetzt, wir haben, äh, unseren, äh, wir haben einen Fernseher gekriegt von, von den, äh, Eltern, äh, von der Frau und der bei denen irgendwie noch rumstand und den haben wir installiert und seitdem haben wir Home und Garden TV und das gucke ich eigentlich die ganze Zeit. Also, insofern erzählen wir von der Bilddoku, aber vielleicht höre ich auch nicht zu, weil ich will mir mein Gemüt nicht verdüstern. Also, äh, die, die ging ja jetzt letztens, äh, so rum und, äh, ich hab sie geschaut und, äh, es ist, ich möchte nicht sagen, dass es uninteressant ist, aber, ähm, es ist schon, naja, ich würde es nicht so, nicht so, nicht so unbedingt Doku nennen, es ist eher ein Porträt, weil, ähm, so super viel Kritik bleibt da jetzt nicht, außer, dass immer jemand mal sagt von wegen, ja, die Bild-Zettung finde ich doof und dann sagen die immer so, ja, die Bild-Zettung kann man ruhig doof finden, aber es ist total super hier, schauen Sie hier, es ist mega geil. Von wem ist denn die Doku? Ich glaube, ähm, keine Ahnung, von irgendeiner Produktionsfirma, die die irgendwie jetzt ein Jahr lang begleitet haben und es ist halt leider, Im Auftrag der Bild? Ich weiß es nicht, ich, keine Ahnung, auf jeden Fall mit Einverständnis. Ja, ne, das ist klar, aber ist es, aber ich meine, wenn, wenn er jetzt wüsste, es ist irgendwie sowas wie, was weiß ich, so ein Hintergrundmagazin wie Monitor oder irgendwie so. Nein, es ist auch nicht, es ist auch nicht tendenziös in dem Sinne, es ist halt einfach nur wohlwollend gemacht und ich glaube, äh, es stellt die Bild-Zeitung, es problematisiert die Bild-Zeitung doch ein bisschen zu wenig, weil, äh, sie, äh, richtig tolle Fehler, die die Bild-Zeitung macht, halt einfach nicht ordentlich, oder nicht, für meine Meinung, äh, tiefgründig genug problematisiert, wie zum Beispiel als die Bild-Zeitung, äh, von diesen, als die Mutter ihre beiden Söhne umgebracht hat, und dann noch einer übrig war, ähm, und dann nach sich, hat die Bild-Zeitung ja diesen WhatsApp-Chat veröffentlicht und, äh, das Argument von Julian Reichelt ist nachher nur so von wegen, ja, äh, alle anderen haben ja auch draus zitiert, also ist es total okay, dass wir den posten, so, und, dann daneben immer noch Paul Ronsheimer zu sehen, ich glaube, Paul Ronsheimer, äh, alleine als Chef wäre vielleicht sogar noch okay, würde, würde die Bild-Zeitung nicht ganz so krass machen wie Julian Reichelt, aber im Prinzip findet er es, glaube ich, doch ganz geil, wie Julian Reichelt ist, und, nee, also, die hängen sich auch wirklich immer oft an diesem Max-Gold-Zitat auf, äh, von wegen, die Bild-Zeitung ist ja eine organe Niedertracht, äh, alle, die dort arbeiten, sind schlechte Menschen, und man soll immer so unfreundlich zu ihnen sein, wie es das Gesetz gerade noch zulässt, da hängen die sich so dran auf, also, die sagen auf mich, ja, das ganze Bild-Bashing nervt, so, aber, äh, es ist auch total schlimm, und wir sind auch alles Menschen, und, äh, also, ich, ja, Menschen, die für eine Schlagzeile alles tun würden. Es ist total interessant, sich mal anzuschauen, wie das, wie das gemacht wird, und mal so einen Einblick in die Redaktion zu haben, aber es ist auch, ähm, ja, mit Vorsicht zu genießen. Also, insofern würde ich nicht sagen, es ist eine Empfehlung, aber, äh, auch keine große Empfehlung. Riesige Empfehlung hingegen, äh, die Comedy-Store-Doku, was machst du denn da die ganze Zeit? Es ist ein Rausch-Schnur. Meinst du das? Dieses Geräusch? Ah, ah. Das ist, entschuldige, das ist, äh, das ist das, äh, Handy-Mikro, also das, das vom, vom, ich hab, ich hab einen Pulli mit Reißverschluss an, da rubbelt das dran rum. Guck mal, ist jetzt besser? Ist jetzt angenehmer? Man hört es nicht in der Aufnahme, lieber André, man hört es einfach nur in deinem Ohr. In meinem Kopf. Riesige Empfehlung hingegen, äh, die Comedy-Store-Doku von Showtime, ähm, wirklich sehr interessant über den, äh, Comedy-Store in L.A., ähm, den es ja auch wieder gibt. So. Und, äh, kann man sich... Geht's um die Geschichte oder... Jaja. Wer da alles Geiles aufgetreten ist und wie das... Na, und was ist da so, was ist da so, dass da, dass der mal bestreikt wurde und so und, äh, wie, wie das da, äh, wie man dort Resident wird und sowas. Äh, sehr interessant. Und was ist da für, für, ähm, wie sagt man, nicht Gossip, sondern, äh, was da alles mal so passiert ist, was es da mal für Aufreger gab und blablabla. Was denn zum Beispiel? Gib doch mal einen kleinen, kleinen Eindruck. Zum Beispiel, dass, dass, ähm, Joe Rogan einen Comedian, der irgendwie ganz viel von allen Leuten geklaut hat, auf der Bühne dann angeschrien hat und quasi konfrontiert hat damit, dass er, äh, lauter Material klaut und dafür dann Joe Rogan einfach, äh, rausgeschmissen wurde aus dem Club und dann nicht mehr auftreten durfte. Oder das zum Beispiel, äh, der hat erst mal weitergemacht, aber ist jetzt so mehr oder minder raus aus dem, äh, Geschäft. Ich hab den Namen vergessen. Ähm, ist jetzt auch nicht so, war wahrscheinlich zu der Zeit mal groß, aber jetzt ist es nicht mehr so. Oder, oder andere, andere Story, ähm, äh, Louis C.K., problematisieren wir jetzt nicht, haben wir schon mal gemacht, ähm, äh, durfte dort einfach nicht auftreten, weil die Chefin, die sich wirklich alle Leute vorher angeguckt hat und gesagt hat, ob sie dort auftreten dürfen oder nicht, äh, hat bei ihm gesagt, nö, finde ich scheiße, tritt nicht auf hier. Und dann durfte er nicht auftreten, obwohl er schon mega bekannt war. Der sieht so aus wie jemand, der sich, äh, gerne mal vor Leuten anfasst. Vielleicht hat sie es geahnt, aber, ähm, ja, kann man, kann man sich durchaus anschauen. man braucht aber ein, äh, VPN dazu, weil, äh, das, natürlich gibt's das nicht in Deutschland. Man muss es dann über, über die US-Seite beziehen. Das ist so nervig. Ich kann das auch wirklich, ich kann das nach wie vor, ich kann das nicht nachvollziehen, nach wie vor, warum es zum Beispiel sowas wie Saturday Night Live einfach nicht als Angebot gibt. Wahrscheinlich ist die Nachfrage, die Nachfrage ist nicht groß genug, offensichtlich. Erstens das, erstens das, und an sich könnte man's ja einfach auch verfügbar machen, aber, äh, dann ist es ja immer so, dass die ganzen Sender alle so geo-geblockt sind. Ja. Und man, also, ich find's auch super nervig. Also, deswegen, musst du extra eine US-Kreditkarte mir besorgen, damit man den Scheiß sich da mal angucken kann. Ich hab jetzt für jedes Land auf dieser Welt, wovor ich die Formate gucken möchte, eine Kreditkarte. Das ist doch nervig. Ja, aber so ist's. Naja gut, meistens, meistens ist es ja doch nur, sind's ja doch nur die USA. Ja. Aber, äh, wenn man, wenn man es wenigstens mit einem deutschen Account kaufen könnte, aber nicht mal das geht, das ist so nervig. Also, wenn, wenn die Globalisierung und die Digitalisierung für irgendwas gut sind, dann doch dafür, oder nicht? Ja, aber das ist anscheinend so, so, so Fernsehrecht und wenn man dann, kriegt man ja manchmal mit, dass wirklich für jedes, für jedes Ausspielungsrecht muss denn da irgendwie ein neuer Absatz gemacht werden oder Vertrag und wenn es halt nicht gibt, dann gibt es es halt wirklich nur in dem Land, wo es gemacht wurde und das ist ganz schön nervig. Also, ich höre das halt manchmal, wenn Leute irgendwie sagen, ich kann den Roster-Woche nicht schauen, äh, und so, ja, weil es halt Comedy Central Deutschland ist. Ich glaube, in UK geht es mittlerweile auch, ähm, aber. Da ist aber auch die Nachfrage entsprechend groß. Ja, die wollten das übersetzen. Ja, klar. Aber so richtig, also übersetzen, übersetzen oder synchronisieren? Ich glaube, erst mal übersetzen. Oh, das wäre so geil, wenn du synchronisiert würdest. Von wem würdest du, von welchem, von welchem, äh, englischen Schauspieler würdest du synchronisiert werden wollen? Englisch, also Englisch weiß ich nicht, da kenne ich mich wirklich zu wenig aus, äh, boah, warte mal, da muss ich mal kurz googeln. Also, mir wäre jetzt nur gerade so aus Quatsch eingefallen, der Typ von, äh, 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 IT-Crowd, der immer so redet, der jetzt auch bei, bei Soul, äh, dieses eine Vieh gespielt hat. Ähm, ach, ich kenne mich da überhaupt nicht aus mit, mit englischsprachigen Schauspielern, Schauspielerinnen. Ich fände, ich fände Cillian Murphy gut. Aber der ist ihre, das ist der, der, äh, die Hauptrolle bei Pinky Blinders spielt. Habe ich, habe ich nicht geschaut. With a mother flipping Pinky Blinders. Ja, so ein Schotte oder so ein Ire, das fände ich ganz geil. Cillian Murphy. So ein Ire vielleicht. Oder, oder tatsächlich natürlich, äh, der, äh, Bagby bei, Bagby von Trainspotting. Ja, der, oder. Der spielt auch, der spielt auch eine große Rolle bei. Oder ist, kann ich Helena Bonham Carter sein? Ist die, ist die Engländerin? Britin oder so? I think so, but I don't know. Ja, dann nehme ich vielleicht Helena Bonham Carter, die finde ich cool. Okay, okay. Oder, wer ist da noch Engländer? Ne, also ich nehme halt einen Iren, irgendeinen, irgendeinen richtig coolen Iren, das wäre geil. Reut. Reut. Fände ich, fände ich gut auf jeden Fall. Der, ich glaube, das irische kommt auch dem anhaltinischen am nächsten. So von der. Ja, ich glaube, das sind auch die, es sind halt auch die anhaltiner des, äh, des, wie sagt man, des Königreichs. des United Kingdoms? Mann ey, was ist denn los, ey? Mein ganzer Kopf ist schon, schon runtergefahren, weil alles mit Plätzchen verstopft ist, die ich nicht mal esse. Ja, es ist ja auch oben links, quasi, also halb links. Oha, das ist jetzt aber, äh, das würde ich auf eine, auf eine Googlung ankommen lassen. Geografisch. Ach so, von uns aus? Ja. Ach so, ich dachte jetzt, du meintest von England aus, weil da ist nur links. Naja, es kommt ein bisschen darauf an, welches England man nimmt, also wenn du jetzt zum Beispiel Brighton nimmst, dann ist das, dann ist davon, oder London, da ist davon ausgesehen, ein Teil von Irland ganz bestimmt auch weiter oben links. Ja, okay, 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 aber ich möchte, ja okay, wir nehmen, wir nehmen, äh, Bixby, Bixby oder irgendein anderer, ach, einfach einen von der Straße, Backby, einfach einen von der Straße, irgend so einen angetrunkenen Iren, der kann das nicht tun. So einen angetrunkenen Iren, äh, ohne Schneidezähne. Ja, oder nur noch, also ein bisschen, bisschen, bisschen Zischlaute brauchen wir ja schon, ja, aber, nee, ich weiß wer, Shane McGowan, Shane McGowan, der von, äh, den Pokes. Okay, gerne. Der ist geil, große Empfehlung in der Stelle, wenn ihr Langeweile habt, äh, jetzt am Silvester, und, äh, ihr euch zurücksehend nach Exzess, dann, äh, schaut Interviews mit Shane McGowan, ähm, S-H-A-N-E-M-A-C-G-O-W-A-N, ein wahnsinniger Typ, äh, dass der noch nicht gestorben ist, ist, äh, also, wenn man so denkt, Lemmy Kilmister hat viel getrunken, hat man Shane McGowan noch nicht gesehen. Aha. Und der, also, er singt ja nicht mal gut, aber er singt so schlecht, dass es wirklich schon wieder gut ist. Das ist eine Kunst. Ich hab, also, ich versuch das ja immer mal wieder so, mit Absicht so minimal schräg zu singen, oder scheiße, und irgendwas in mir möchte das nicht. Also, irgendwas, also, irgendwas in mir, äh, also, ich hab, glaub ich, ich hab, glaub ich, einfach so einen eingebauten Autotune. Klingst du dann aber auch so Autotunig? Keine Ahnung, sag du's mir. Also, ich kann jetzt hier natürlich logischerweise nichts abspielen, weil wir sonst, äh, unendlich viel Ärger haben. Aber richtig viel Ärger. Wow, kriegen wir dann viel Ärger. Ja. Scheiße, 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 André. Ja, oh, gute Überleitung. Scheiße? Da kämen wir nämlich ins Gefängnis. Und weißt du, mir ist letztens was, was, was aufgefallen. Erzähl. Es gibt doch so, es gab, es gab doch so durchsichtige Gameboys und sowas. Also, für dich vielleicht, für mich nicht. Ich hab, äh, das einzige Spielzeug, was ich hatte, war ein Stock. Aber dir ist die Existenz eines durchsichtigen Gameboys und sowas schon gewiss. ja, ja, ja. So. Und das gab's ja dann später auch so Nintendo 64, oder was weiß ich was, und dann gab's ja so irgendwann in den 90ern rum diesen, diesen durchsichtig-Hype. Dass alle Geräte plötzlich durchsichtig gemacht wurden. Und alle Klamotten auch, und alle Klamotten. Auch, ja. Ich fand das damals kacke. Mittlerweile find ich's voll geil. Ich hätte wirklich gern eine durchsichtige Playstation oder so, oder ein durchsichtiges Handy. Das wär einfach mega geil. Wo man so hinten reingucken kann, was da so, wie die kleinen Zahnräder und so, äh, die SMS verschicken. Das fänd ich toll. Genau. So kleine Wichtelchen. Ja. Und Wichtelinnen, die dann durchs Handy, die dann so die Treppe hochgehen und runtergehen. Und. Aber wusstest du, woher das kommt? Also warum das erfunden wurde? Was die, durchsichtige Geräte. Durchsichtigkeit. Ja. Ähm. Könnte ich jetzt nur mutmaßen. Ich bin aber einfach auf die Geschichte gespannt. Das, es kommt, das nennt man Prison Tech. Das ist gemacht worden, damit die Leute, wenn die im Gefängnis sitzen, damit die nichts in ihren Radios verstecken. Ach so, ich dachte Prison Tech im Sinne, im Sinne von Foucault, von Überwachen und Strafen. Nicht ganz so intellektuell. Es ist wirklich, die Geräte wurden, die Elektrogeräte wurden durchsichtig gemacht, damit die Leute da nicht, nichts drin verstecken können und so. Und was ist aber, wenn die zum Beispiel Zahnräder verstecken wollen? Äh. Genau. Also sie haben da eine Platine versteckt in dem Radio. So weit haben die, so weit haben die noch nicht gedacht. Genau. Der hat ein Radio in dem durchsichtigen Ding versteckt. Dieses Schwein. Haben die dann deswegen, aber wenn man jetzt so, also wenn die dann so Kristallmesser hatten und sowas, dann war es okay. Ja. Ich verstehe. Also, das, ich schade, dass ich nicht so handwerklich begabt bin, weil das würde ich gern machen. Ich finde das immer geil. Ich gucke mir gerne solche Videos an, wie Leute zum Beispiel dann so eine Playstation abformen, dann das innen durchsichtig gießen oder rumbiegen und dann neu zusammenbauen. Das ist einfach geil. Ich gucke mir das auch gerne an. Was ich mir zum Beispiel auch gerne angucke, ist, wenn jemand sich so einen Baumstamm nimmt und dieser Baumstamm hat dann so Löcher und dann wird das mit irgendwelchem Epoxidharz gefüllt und so zweifarbig und dann, und das sieht so geil aus dann am Ende. Ich will mir das nicht hinstellen, aber ich würde, und vor allem diese Leute haben immer die übelsten Werkstätten und ich denke mir immer so, krass, wenn ich das machen würde, ich müsste alle halbe Stunde zum Baumarkt rennen, weil ich das und das Tool nicht hab, aber die haben einfach alles da. Und ich müsste immer alles auf den Balkon sägen und dann würde ich wieder in den Kinderstuhl rein sägen und so Zeug. Und richtig geil zum Beispiel, was ich auch empfehlen kann, ist, da hat jemand mal das Zumanji-Spiel nachgebaut. Und zwar richtig so, wie in dem Spiel, die werfen ja dann diese Figuren so drauf und dann gehen die ja automatisch in die Startpositionen. Und das hat er auch gemacht mit Magneten und so. Das ist ja der Wahnsinn. Der wirft die dann einfach auf die Spielfläche und dann stehen die. Das ist der Hammer. Crazy shit. Und der, ach, das würde ich auch gerne mal machen. Aber das kann ich nicht. Also erstens, rein motorisch nicht und zweitens, von den ganzen Supplies habe ich alles nicht. Ich bin, ich auch nicht, ich bin so wenig handwerklich begabt, dass die Frau, die manchmal bei mir wohnt, zum Geburtstag vom kleinen Herrn Dings will die nämlich ein sogenanntes Busyboard bauen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Wir haben auch eins verschenkt schon an einen Säugling in unserer näheren Bekanntschaft. Ein Busyboard ist ein Holzbrett oder kann natürlich auch ein anderes Material sein, aber Holz bietet sich an. Ein Holzbrett mit so verschiedenen Spielereien drauf. Also Fidgetting-Ding. Da ist so eine klingelte, also das ist ein großes Brett, so ein Meter mal 1,50 oder sowas. Kannst auch kleiner machen. Und dann ist da so, was weiß ich, dann sind da so Schlösser dran oder eine Kette oder eine Steckdose oder einen Knopf oder so Sachen zum Fummeln und Ausprobieren. Weil Kinder nichts mehr lieben, also das merken wir auch beim kleinen Herrn Dings, der zieht halt jeden Tag zieht er die scheiß Kabel in der Küche raus alle. Und er hat sich ja schon mal eine Powerbar auf den Kopf gezogen, weil da ein Kabel runterhing und das kann jetzt nicht mehr passieren. Und wir haben natürlich auch alle Steckdosen kindersicher gemacht und sowas, sodass er, wenn er da anleckt, da kann nichts passieren. Aber mit dem Busyboard natürlich noch weniger. Und das Letzte wurde schon mit Hilfe der Schwiegereltern fertiggestellt, weil die sehr gut bohren können. Und auch für dieses, für dieses, was jetzt der kleine Herr Dings selber bekommen soll, wurde ich, sag ich mal, entlassen aus dem Dienst. Das ist so geil. Da kommen extra die Schwiegereltern nochmal vorbei, um das zu bauen und auf ihn aufzupassen. Also nicht gleichzeitig wahrscheinlich. Und ich muss es nicht machen, weil meine Mitwohnerin gesagt hat, du kannst das nicht. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, jo, vielen Dank. Stimmt. Stimmt. Also ich würde es wahrscheinlich können, aber mit viel Ärger und viel Geschrei und vielen Holzsplittern, wo keine Holzsplitter sein sollten. So. Also ich glaube, so Produktionsreif kriege ich es auch nicht hin, aber also ein bisschen Bohren und Schrauben kriege ich schon. Es ist nicht so, dass ich nicht Bohren und Schrauben könnte, André, aber das erfordert relativ viele Handgriffe, die, glaube ich, noch nicht mal mit besonders hoher Geschicklichkeit verbunden sind, aber mit viel Geduld. Was ich kann, ist so, ich kann so, so kleine Regalbretter abschleifen und streichen. In sowas bin ich gut. Oder ich kann auch mal, wenn nicht gerade die Wand total beschissen ist, was alle unsere Wände aber sind, kann ich auch mal ein Bild anbringen. oder, 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 oder die, 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 das scheiß Bima-Regalbrett. Habe ich das nicht erzählt? Wo ich dann reingebohrt habe in die Wand und an der einen Stelle war dann einfach nichts. Da war dann einfach Luft und dann musste ich so eine, so ein ganz spezielles, so ein ganz speziellen Dübel und der hat dann aber nicht gehalten. Spreizdübel. Und der Spreizdübel hat dann aber wiederum einen Teil des Ziegels rausgerissen und dann bräuchte ich einen größeren Spreizdübel und am Ende habe ich einfach dann einen Vorsprung in die Wand gemacht. So ungefähr. Das ist schlecht. Ja, ja, André. Aber, aber auch nicht unlösbar. Ich, ich habe da, also mir ging das irgendwann auch so, mich hat das immer tierisch genervt, wenn irgendwie sowas passiert und ich dachte mir, dann machst du die Wand kaputt. So, im Prinzip hilft es, glaube ich, tatsächlich zu denken, von wegen, es passt schon und im Zweifelsfall, wenn es halt gar nicht klappt, dann, also es kann natürlich sein, ich habe zum Beispiel auch eine Stelle, wo ich meinen Spiegel angebracht habe, da ist einfach ein Stein und ich meine nicht einen Ziegel, ich meine einen Stein. Da ist ein Stein im Ziegel. ja, das kenne ich. Und da, da reinzubohren, also auch noch einen, der so halb rund ist, ist unglaublich scheiße. Ja. Aber man kriegt es hin und dann denkt man halt einfach, okay, dann mache ich einfach ein riesiges Loch. Dann gibt es jetzt einfach Destruction und dann macht man einfach Destruction, so lange, bis man es tief genug hat und dann wird der Dübel einfach einzementiert. Klar, Schnellmörtel. Das ist jetzt auch mein größter Freund. Wird einzementiert, wird gerade gemacht, hält. Ja. Und dann ist es halt so. Nee, ich habe tatsächlich, ich denke jetzt immer das, was die Leute sagen bei so gefährlichen Tieren oder sowas. Die haben ja auch, die haben ja viel mehr Angst vor mir als ich vor denen. Ja, genau. Und das denke ich jetzt auch von der Wand immer. Und im Zweifelsfall, geht mal einfach in den Laden in so einen Handwerksbedarf und sagt denen, was man vorhat. Und dann stellen die einem schon das richtige Zeug zusammen an Dübeln und so. Es ist wirklich bei mir einfach ein Ding der Geduld. Ich habe einfach keinen Bock, dieses Ding, dieses Busyboard zu bauen. Ich will einfach keine Zeit aufwenden, um für meinen Sohn irgendwas zu bauen. Ja, das musst du ja auch nicht. Das kann man ja einfach auch kaufen. Habe ich, aber ich habe auch ganz viele Sachen. Ich habe zum Beispiel in den alten Flurschrank von uns, den wir dann zu seinem Kleiderschrank gebrochen haben, habe ich, nee, aber da habe ich zum Beispiel, da habe ich zum Beispiel Regalbretter reingezogen. Diverse. Vier. Mit so Leisten und sowas. Und ich habe auch hinter unserer neuen Küche habe ich da auch so noch so eine kleine, so in dem einen Hohlraum noch so Bretter. Das ging zwar nur mit Heulen, aber ich habe das gemacht. Ja, ich erinnere mich. Ich bin halt eher so der Gartentyp. Ich mag halt Pflanzen. Das ist ja okay. Sagt ja auch keiner, dass du, du musst da gar nicht handwerken. Ja, und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass die Frau, die manchmal bei mir wohnt, gesagt hat, ich bin davon befreit. Das ist ja, es gibt ja in so längeren Beziehungen, gibt es ja, also da gibt es ja irgendwann dann, also es gibt immer mal auch noch Eitelkeiten und auch Verletzungen, aber in bestimmten Punkten einfach nicht mehr. Wenn sie zum Beispiel jetzt zu mir sagt, nach zwei Tagen, du musst unbedingt mal wieder duschen gehen, du stinkst, dann mache ich das und bin, das ist gut, dass du es machst. Also nach vier Tagen dann und bin halt nicht eingeschnappt, deswegen, weil wahrscheinlich werde ich schon stinken. Ich merke das ja selber nicht. Ja, irgendwann merkt man schon. Natürlich merke ich das nicht. Ich merke das nach zwei Tagen. Ich finde es auch mega eklig. Ich dusche sehr, sehr gerne. Ich würde jeden Tag duschen, aber ich finde es auch irgendwie Platzverschwendung, Wasserverschwendung. Dusche ist Platzverschwendung. Es reicht ein Waschbecken. Genau, schöne Katzenwäsche unter dem Arm, zack, fertig. André, was hast du für Vorsätze fürs neue Jahr? Bevor du jetzt hier so rumstammelst, was ist denn mit dir los? Ich habe keine Vorsätze. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob sich an der ganzen Corona-Situation so viel ändern wird. Mein Tipp wäre ja einfach, die Impfung geht eine Weile lang hin und dann kommt eine neue Mutation und dann ist es nochmal so. Dann geht es mit dem Impfstoff natürlich auch noch ein bisschen zügiger, aber trotzdem bleibt erstmal alles so, wie es ist. Das wäre so mein Worst-Case-Szenario. Was anderes Worst-Case-Szenario ist, dass die Leute natürlich jetzt, wo es mit den Impfungen losgeht, nicht mehr zu halten sind und dadurch alles nochmal schlimmer wird. Keine Ahnung. Ich glaube, ich lasse es so ein bisschen auf mich zukommen. Okay, aber du hast gar keine Vorsätze. Also du willst jetzt nächstes Jahr zum Beispiel ... Na, Vorsatz meine ich ja so, also Vorsatz im Sinne von irgendwas zu verändern? Nö. Bei dir. Oder hast du irgendwas, kommt irgendwas im neuen Jahr? Irgendwas ... Also ich weiß, dass zum Beispiel morgen, also wir nehmen am 30. auf, morgen ist ja schon Silvester, kommt zum Beispiel dein Jahresrückblick bei Comedy Central. Drei Mal sogar habe ich gesehen, ne? Und am ersten auch noch dreimal. Drei Mal Silvester und dreimal am Neujahr. Und der geht immer vier Minuten, oder was? Nee, zehn. Ah, okay. 14.20 Uhr, liebe Leute. 14.20 Uhr müsst ihr alle Comedy Central schauen. Wenn ihr es nicht schafft, dann 21.07 Uhr. Oder 23.56 Uhr. Was ich geil finde, man kann mich statt 0 Uhr erleben. Also statt, dass ihr mit eurem Freund, eurer Freundin oder beiden zusammensitzt und sagt ... Wir sitzen ja mal bitte mit beiden zusammen. Könnt ihr einfach sagen von wegen Sch, 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 Sch. Ich will hören, was der sagt. Ich will eine andere hören. Ich will eine andere hören. Das könnt ihr machen. Oh, jetzt weiß ich, Neujahr weiß ich nicht. Ist doch auch ... Doch, 1.55 Uhr, 9.03 Uhr, 14.21 Uhr. Siehste. Ich finde es gut, dass es 14.21 Uhr wäre. Finde ich auch sehr, sehr, sehr wichtig. Naja, da kommt ja sicherlich vorher noch mal ein Werbespot, der total wichtig ist. Kann sein. Ja, aber keine Ahnung. Ansonsten, geplant ist immer eine Menge, spruchreif nichts. Das ist ... Du bist da wirklich so eine ... Ich presche da ja manchmal so ein bisschen vor bei den Dingen, die ich machen möchte und werde dann immer ausgelacht. Das heißt, ich will zum Beispiel abnehmen oder ich will aufhören mit rauchen und dann hast du immer so Leute wie dich zum Beispiel, die dann immer sagen, ja, ja, jetzt will ich das mal sehen, Alter. Auch genau so. So redet nämlich André, wenn man nicht das Mikrofon an ist. Dann sieht man nämlich sein, hört man sein wahres Ich und das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Aber ich kann sagen, ich möchte für 2021 das Kind gedeihen sehen und entspannter sein. Ich nehme mir tatsächlich ja vor, mehr für mich zu tun. Ich habe zum Beispiel jetzt in unseren Kalender eingetragen, dass ich mindestens dreimal in der Woche Klavier spielen möchte für eine halbe Stunde und jeden Tag zehn Minuten atmen. Da atmest du wieder chinesisch. Ich atme wieder chinesisch, ja. Und das habe ich aber noch nicht geschafft, aber ist ja auch noch nicht neuer. Also das mache ich ab morgen dann, ab übermorgen. Und dann nehme ich mir auch vor, das Buch zu Ende zu schreiben. Und, ah ja, tatsächlich habe ich das eigentlich schon erzählt, dass wir die Hörbucheinlesung, dass wir das jetzt lassen. Live. Ja, das hast du gesagt, dass es jetzt im Studio passiert. Ja, ja, ist doch ätzend. Aber das nehme ich mir vor. Wieso ist es doch cool? Also das hat, das finde ich, das war, also nur dafür würde ich ein Buch schreiben, weil das ist schon das Geilste, was man machen kann, das aufzuzeichnen. Ich finde das Geilste ist aufzuzeichnen. Aber ein Lifehack an der Stelle, nimm es anderthalbmal auf oder zweimal. Wirklich. Wenn du anfängst zu lesen, ist es scheiße. Ab der Hälfte wird es geil. Und dann hast du quasi eine scheiß erste Hälfte und eine geile zweite Hälfte. Also mach es mindestens anderthalbmal. Ich finde es einfach... Ohne Witz. Ja, okay. Lass dir das nicht reinreden von wegen, wir haben aber nur zwei Tage. Wir gucken einfach, wie es wird. Ich meine, ich richte mich da ja auch nach dem Produkt. Ich fand es halt beim letzten Mal mega cool, einfach das vor Leuten vorzulesen, weil das so schön ist, wenn die lachen. Und dann bin ich auch nochmal angespornt. Ja, das verstehe ich. Ich muss einfach einen kleinen Händen Dings setze ich mir mit rein, der sitzt dann vor mir und dann mache ich immer zwischendurch so oder worüber der lacht und dann lacht der und dann wird das super. Außerdem kann ich auch schon announcen, big things are coming. Nächstes Jahr, aber ich sage noch nicht was, aber auf jeden Fall in der zweiten Jahreshälfte gibt es was Neues, Geiles. Neben dem Buch noch, freue ich mich auch schon mega drauf, aber ich sage noch nicht was und dafür mache ich aber ganz viel bald. Und außerdem will ich gesund bleiben und mich nicht mehr so sehr ärgern über die ganzen Leute, weil das bringt ja auch am Ende nichts. Ich glaube, man kann nur sich selber vernünftig verhalten und versuchen die Menschen, die man mag und auch die man nicht mag, zu schützen und der Rest ergibt sich. Hoffentlich. Ich gehe davon aus. Ja, ich bin da nicht so, bin da mal nicht so positiv. Aber wir schauen, wir schauen, wir geben uns alle Mühe. Liebe Zaredis, es war schön, das Jahr mit euch zu verbringen. Ich habe auch zum Beispiel gesehen, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erzählt, dass eine große Zaredi-Weihnachtswichtel-Adventskalender-Runde existierte. Und die haben sich die übelsten Adventskalender gebastelt. Also richtig krass, so Pakete voll. Echt gut. Also da geht es auf jeden Fall ab. Schaut doch mal vorbei auf dem Discord-Server discord.teamtotalerzerredung.de Ihr dürft natürlich auch bei uns im Shop vorbeischauen, shop.teamtotalerzerredung.de Aber erst, nachdem ihr uns adoptiert habt, wollte ich gerade sagen, abonniert habt. Die Beanies sind weg. Es gibt noch, glaube ich, ein paar Mirko-Shirts, ein paar Logo-Shirts. Ja. Aber die Beanies sind alle weg. Yes. Und ansonsten, ich glaube, jetzt kamen auch gar nicht viele E-Mails. Ich habe dir, glaube ich, zwei weitergeleitet. Du hast mir was weitergeleitet. Lern Sie sich mal vor. Lucia. Lucia hat uns geschrieben, Hallo ihr zwei, ich bin Lucia. Das C wie ein scharfes S und die Betonung auf dem I. Reine Vorsicht ist mal Lucia. Habe ich doch richtig gesagt? Lucia. 22 und aus Leipzig. Euren Podcast habe ich irgendwann im März entdeckt und dann chronologisch von vorn bis hinten gehört. Gerade bin ich schon beim zweiten Durchgang und der ist auch schon wieder fast durch. Mehr graut es schon. Ich wollte euch nur kurz sagen, dass mir euer Podcast beim Sieg in einem Spiel über Literatur und Kunst geholfen hat. Ich konnte auf die Frage nach dem Titel des Bildes von Picassos beantworten, welches den Bürgerkrieg darstellt und ich wusste nur dank euch, welchen Beruf Frank Lloyd Wright ausgeübt hat. Danke also dafür, da haben die anderen nicht schlecht geguckt. Das soll es nun aber gewesen sein. Seid lieb gegrüßt von Lucia Hufflepuff. Bam, Alter. Ist doch geil. Ja, sehr gut. Und, weißt du es noch? Welchen Beruf Frank Lloyd Wright hat? Ja, zum Beispiel. Also, das Bild heißt Gernika, das ist ja klar. Ja. Ja. Frank Lloyd Wright, ähm... Ich gebe dir den Kontext. Äh, ich war in Chicago und bin dort mit Tim rumgefahren und wir haben uns noch Häuser angeschaut. Ach, der war Architekt. Genau. Ja, stimmt. Wolltest du nicht, dass der dein, äh, dass der dein, dein Pfeil baut? Kann er machen. Aber ich glaube, der lebt nicht mehr, oder? Nee. Aber wir haben ja krasse Häuser gebaut. Ja. So, äh... Wir haben noch eine zweite Mail bekommen, aber bei der bin ich mir nicht sicher, ob wir die nicht schon vorgelesen haben. Haben wir? Kann sein. Ja, hab ich mir auch gedacht irgendwie so. Ja, haben wir. Haben wir. Haben wir? Ja. Okay. Dann, dann haben wir keine Mail mehr. Was ist denn los mit... Also Leute, ihr könnt uns gerne Mails schreiben, aber vielleicht, weiß ich nicht, äh, das ist ja sowieso immer so ein bisschen weird, äh, also vor allem für mich, der ich ja nicht auf dem Discord-Server unterwegs bin, aber vielleicht haben die Leute auch einfach keine Themen mehr. Na doch, warte mal. Ich gucke mal kurz, äh, was irgendwie im Discord-Server aufgelaufen ist. Nein, nur Happiness. Ah, okay, dann haben wir tatsächlich alles geklärt. Also da haben wir, dann haben wir zumindest unserer... Ausdiskutieren. Da haben wir unserer Gemeinschaft, da gibt es letztlich in unserer Gemeinschaft keine Themen mehr, wir sind jetzt alle auf dem selben Stand, wir sind jetzt, äh, ab jetzt kann quasi, ab jetzt kann, ab jetzt ist Veränderung möglich. Ab jetzt können wir, können wir uns, ab jetzt können wir endlich uns weiterentwickeln, Leute. Ich glaube, ich weiß noch eine Sache, ähm, und es gibt, glaube ich, demnächst eine Among Us-Runde äh, von den Zeredis. Äh, da ist der Termin aber, glaube ich, noch nicht ganz raus. Es wird wahrscheinlich der vierte oder fünfte erste. Äh, wer dort mitmachen möchte, der kann ja einfach auf den Discord-Server kommen, im Gaming-Chat wird das, glaube ich, gerade ausdiskutiert. Ähm, für die Menschen, die ausgeblendet haben, was Among Us ist, ich kann das noch mal ganz kurz erklären. Among Us ist ein, äh, serverbasiertes Spiel, bei dem Leute, ich glaube, mindestens vier, maximal zehn, äh, sich in einem Raumschiff befinden und es, unter ihnen sind ein oder zwei oder drei, ähm, Saboteure im weitesten Sinne. Also, also, äh, Leute, die versuchen, den Fortgang des Raumschiffes zu sabotieren, zu behindern. Die anderen sind normale Crewmitglieder und müssen irgendwelche Aufgaben erfüllen, was weiß ich, sowas wie, äh, einen Tank, äh, nachladen vom Raumschiff oder die Atmosphäre beobachten oder Kometen zerballern und die Imposter, also die, die Betrüger, die, äh, töten währenddessen Crewmitglieder und dann wird immer darüber diskutiert und abgestimmt, wer denn wohl die Imposter sind. Ähm, das ist ein relativ lustiges Spiel. Ich hab, äh, André gestern auch mal wieder, wie er das mit anderen Leuten gespielt hat, dabei zugeguckt. Dabei ist mir wieder aufgefallen. Und André hat alle Spiele gewonnen. Ja, mir ist dabei aufgefallen. Herzlichen Glückwunsch. Mir ist aufgefallen, dass ich es einfach super langweilig finde, Leuten zuzugucken, wie sie spielen. Aber das ist meine Meinung. Ähm, aber ich hab's jetzt auch mal angefangen, André. Ich, äh, hab sogar schon gefragt, ob ich bei eurer Spielerunde mal mit dabei sein darf. Mal gucken, ob sie mich lassen. Ähm, ansonsten hab ich auch eine andere. Aber wir waren, wir haben das nur zu viert gespielt, um erstmal reinzukommen. Und zu viert ist langweilig, muss ich sagen. Ja, das bockt erst, wenn man richtig, wenn man irgendwie zu zehnt ist. Ja. Du kannst, spiel doch bei den Zeretis mit. Äh, nee, sorry, aber das wäre... Du, die schmeißen sofort irgendjemanden raus. Ja, aber das würde mein Status, ja, ich meine, ich bin ja immerhin immer noch der geistliche Führer des Julentums. Und da muss ich mich... Du, keiner bringt dich um, glaube ich. Muss ich mich auch... Ja, und das wäre doch schade, das wäre doch schade, wenn das, das Spiel sozusagen verändert. Also ich würde ja mal ein Alfa-Team-Total-Zerredung schreiben. Und sage, spiel bitte mit, spiel bitte mit. Ich habe am 4.5. keine Zeit. Es ist ja noch nicht raus, der Termin. Ja. Ich habe vom 1. an keine Zeit. Bis... äh... dann. Ja. Liebe Zeredis, ähm, gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Zeretis. Zuhören, ähm, rutscht gut rein, denkt daran, den Roast of 2020 um 14.20 Uhr auf Comedy Central zu schauen oder halt später auf YouTube und es allen Leuten, die ihr kennt, zu schicken. Und, äh, dann bedanken wir uns fürs Zuhören. auf jeden Fall. Wählt keine Nazis. Wählt keine Nazis. Wählt keine Nazis. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Und, äh, dann hört ihr euch noch Jingle an. Bitte. Auf jeden. Hmm. Es ist kaputt. Es ist kaputt.